Deine Augenlider werden jetzt immer schwerer und du fällst in einen tiefen Schlaf. Hey Ben, was macht ihr da hinten? Och, gar nichts. Du wirst jetzt für alle Zeit ausschließlich meinen Befehlen gehorchen. Ja, ich stehe dir zu Diensten, Meister. Dein Wunsch ist mir Befehl. Wow, cool. Es funktioniert. Na los, hol mir Eiscremes, Klavin. Ja, Meister. Dieser Sommer wird viel angenehmer als ich dachte. Mach schon, gib es mir. Jawohl, mein Meister. Hey. Ha, reingefallen. Hast du sonst noch einen Wunsch, mein Meister? Wie wär's mit einer anderen Cousine? Hahaha. Hahaha. Mehr Videos und tolle Spiele findest du auf cartoonnetwork.de Wie? Which?